Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, bitte beantworten Sie die Fragen zum Hörtext die leidige Winterfrage mündlich wie auch schriftlich in ganzen vollständigen Sätzen. Frage Nummer 1. Wann taucht die leidige Winterfrage immer auf? Nummer 2. Wie lautet diese Frage? Nummer 3. Wer ist für die Sicherheit auf den Gehwegen in erster Linie zuständig? Nummer 4. Auf wen haben die Kommunen die Verantwortung abgewälzt? Nummer 5. Was machen die Hauseigentümer in den Hausordnungen? Nummer 6. Wann besteht für den einzelnen Mieter eine Räumpflicht? Nummer 7. Was ist von Schnee und Eis freizuhalten? Nummer 8. Wie haben die Gerichte oder einige Gerichte für alte oder kranke Menschen entschieden? Dankeschön.